Jo hey Leute und herzlich willkommen zu der Auflösung von meinem Gewinnspiel. Der liebe Kluigi hat die Skinzeichnung gewonnen, der liebe Crafting Baxter hat den Banner und das Profilbild gewonnen. Der Bilal El Melal hat sich ein Banner und ein Profilbild gewünscht, aber da der liebe Crafting Baxter das bekommen hat, habe ich mich entschieden, dass du das Profilbild bekommst. Der XProKings hat das Intro gewonnen. An die Gewinner jetzt, addet mich in Skype, damit ich euch die Sachen schicken kann und damit wir abklären können, wie ihr die ganzen Sachen haben wollt. So, das war dann die Auflösung von meinem Gewinnspiel. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht gewonnen habt. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu meinem Shop, da könnt ihr dann Sachen bestellen, es ist alles free. Und ja, dann ciao, bis zum nächsten Mal.